Ja Leute, willkommen! Zusammen mit Albladi gibt es heute ein Gaming Special. Richtig, dann heute wieder wirklich gemacht. In dem Spiel, worin wir schon seit Jahren konkurrieren. Ja, das könnte man so sagen. In Hamburg noch nicht. Was mit Bestrafung? Gibt es. Ja, stimmt. Kaltwachsstreifen. Wie nennt man das denn? Dann wachst man das Bein und die Haare werden dann rausgerissen aus dem Bein. Das ist dann sehr schmerzhaft. Hier muss man wirklich gewinnen. Es war ein Kampf auf Leben und Tod. Das kann man nicht richtig so sagen. Okay, lasst mal in den Messraum. So. Auf geht's. Mal gucken. Körn. Achja, ihr habt geschrieben, dass wir... Ihr habt geschrieben, dass wir Ness und Lukas nehmen sollen. Sehr gut. Das sind auch die Charaktere, mit denen wir meistens konkurrieren. Ja, das sind unsere Mains, könnte man sagen. Also ich nehme hier immer den schwarzen Ness. Ich nehme immer den Emo-Lukas. Ich bin ein bisschen racist. Emo-Look. Emo-Luk. Ich kann Emo-Lukas. 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 Drei Leben, drei. Okay. Alles klar. Emo-Lukas. 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 Ja, aber das gleiche gilt auch für dich, dummerweise. Nee, ich liege im Moment hinten. Oh, kack, hab ich nicht. Ach, scheiße. Gib mal mal PK Thunder. Komm mal her. Nein! Ja, komm, 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 komm! Die Attacke ist immer richtig schlimm. Ach, scheiße. Okay. Werfen wir Chankis mal ein bisschen umher. Nein! Mann, ich hasse das! Ich mach jetzt so lange weiter, bis du halt nicht tot bist, Mann. Ich warte mir schon vor, wenn du mit dem nächsten Wurf. Ja, mit dem nächsten Wurf bin ich aber down, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Oder? Oh, nee, doch nicht. Ah, fuck. Alter, du hast so viele Prozente, stimmt? Scheiße. Nein! Okay, wie machen wir das jetzt? Überleg gerade, was ich jetzt nicht... Ah! Mann, stirbt! Nee! Und tot! Ich will meine Haare am Meinen nicht verlieren. Ich darf mich hier zusammenreißen, ey. Oh, kacke. Oh! Nein! Ah, scheiße, 4%. Ja, toll, 4%. Was ist denn das? Alter, man muss sich hier so konzentrieren, Leute. Ja, das kann ich bestätigen. Sorry, wir eben gerade ein bisschen ruhig sind, aber manchmal geht's nicht anders. Bei so einer Smash ist das vor allen Dingen, fände ich voll schwer, sich zu reden. Ja, generell, wenn man das Let's Playt oder spielt generell aufnimmt, dann ist das so schwer, ich kann nicht mal richtig reden, weil ich gerade mich übelst konzentrieren muss. Ja. Ah! Ah! Man gibt immer nur solche Schmerzensschreie. Das Kommentieren besteht lediglich aus, ah, nein, ah, verdammt! Ah, scheiße. Nein, ich stand hinter dir! Ah, fuck. Oh, sieht knapp aus, Leute. Ja. Definitiv. PK Fire, PK Fire! Ah, scheiße! Ja, Freunde, so kämpfen wir. Nur PK Fire Span. Nein! Ah! Oh! Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt ver... Ist das? Nein, Mann! Oh, das ist zu spannend. Das ist der Kampf der Psychos, ja. Sowohl im Real Life als auch im Virtual Life. Ja, genau. Nein! Ja! Ja! Das gibt's doch nicht! Ein Leben noch! Fuck, warum bleib ich da stehen? Leute, ich muss mich jetzt konzentrieren, aber so richtig. Ja. Das packe ich hier total ab. Oh! Oh! Nein! Alles gut. Ah! 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 Weg hier! Ah! 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 Oh, das ist ja schlimmer als gegen André, ey. Ich finde, ich finde, Ness ist so ein richtig offensiver Charakter, ey. Bei Lukas ist das mehr so defensiv, finde ich. Oh, nein! Oh, ich dachte gerade, Leute. Oh, das war so knapp, so knapp. Ey, ey, ey. Gestern habe ich gegen die ganze Zeit die Lüge gekannt. Ich habe jede Runde fertig gemacht. Und heute auch. Oh, Leute. Jetzt wird erst mal gewachst. Kommt mit! So, Friends, wir haben jetzt so Kaltwachsstreifen. Anni, wie nennt man das denn, Juki? Gebt wohl! Juki, wie nennt man das? Das nennt man Beinewachsen. Wir haben Beinewachsen gekochen. Und das wird jetzt auf Beinen gestrichen. Wie hast du denn hier Haare? Ja, ich habe mich da noch nie rasiert oder so. Das ist alles, ich werde quasi entjungfert. Äh, ja. Und jetzt wird Juki das da drauf schmieren und dann richtig abreißen. So. Uah. Das sieht aus wie Honig. Meine Freundin, deswegen nicht. Ah, das wird jetzt schon weh. Ist das heiß oder was? Ah, das wird jetzt schon weh. Ist das heiß? Ne, das ist nicht heiß. Ah, ah! Reißt das so sauber? Ja, das reißt jetzt schon raus. Ah, ganz vor... Ach, nicht so viel. Natürlich. Hättest du nicht verlieren sollen. Oh, shit! Nein! Muss man das nicht noch... Ah ja, bitte mit Countdown. Bitte mit Countdown. Warte, warte, warte. Nicht bei zwei irgendwie. Das ist eine Erraschung. Muss man das nicht noch trocknen lassen jetzt? Ne, ne, das muss man direkt. Okay. Oh nein, aber drei. Ich leide mit... Äh... Oh, nee, das sehe ich jetzt sehr. Drei. Zwei. Zwei. Go! Goooooo! Ah! 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 Das ist ein schönes Ergebnis. Oh! Ah! Man möchte ein Blalihaar mit der Doppel-Haut. Ah! 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 Ich lebe! Ah! Ich lebe! Ich lebe! Alter, ist es... Oh! Ah! 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 Wie schön glatt! Ey, ey! Das hat sich irgendwie geil angefühlt. Okay. So Leute, das war's. Schreibt die Charaktere, beziehungsweise irgendein Spiel, was wir als nächstes spielen sollen, rein. Ansonsten war's das. Bye!